Okay, dann gehen wir hier gleich mal wieder ran. Machen ordentlich Damage. Na komm, die Hälfte will ich wegsehen. Na, das sieht doch relativ gut aus. Eben gerade haben wir richtig gut ausgeteilt. Okay, was macht der nun? Wie zur Hölle sieht sein Plan aus? Oh Mann, Geckos auch noch. Und ein Todeslaser. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wir brauchen Organe. Na, verdammt, keine Organe für uns. Aber hier kommt schon wieder neue. Okay, okay, okay. Und direkt hier rein. Yes! Neue Energie. Noch ne Welle. Okay, mein Freund, hier müssen wir so ran. Komm schon, gib mir die Energie. Die Lage absolut unter Kontrolle. Ah, verdammt, der hat mich getroffen. Wow. Wow, wow, wow. Einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Und wir sollten so gut wie fein raus sein. Der letzte Schlag von ihm. Aber jetzt können wir wieder ran. Und wenn wir schnell sind. Okay. 30% fast. Noch ne Welle mit Geckos. Organe, 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 Organe. Keine Organe. Der haut mir wieder eine rein. Aber den hier könnten wir eventuell kriegen. Nope, schon wieder keine Organe. Okay, die beiden, die müssen wir unbedingt kriegen. Das war's. Einmal Heilung weniger. Und wieder ne Welle. Was macht der nun? Er holt die Klingen raus. Haut natürlich zu und wir können ran. Ah. Mann, der Typ ist so übel. So verdammt übel. Wir landen auch noch mitten in der Klinge. Ach, komm schon. Alles klar. Und geblockt. Und gleich mal hier wieder ran. Wir machen einfach viel zu wenig Damage. Ich würde sagen, wir nehmen noch mal die hier mit. Und hier drüben packen wir die hier mal rein. Alles klar, hier können wir ran. Wow. Okay, hier können wir einfach nur weggehen. Wir müssen warten, bis er auf den Boden geht. Bleibt er hier? Nee. Jetzt aber. What? Ist aber völlig neu. Wow. Räumt ihr mir noch eine rein? Endlich. Bei Nummer zwei. Der war aber auch wirklich ne verdammt harte Nuss. Alles klar. Alles klar. Unter 10%. Nicht mehr lange. Jetzt kriegen wir den. Boah. Wir reißen ihn hier aus seinem Graben raus. Und zerschmettern ihn. Oh. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Wow. Wahnsinn. Was für ein Duell. Komm schon. Wow, wir dürfen ihn zerstückeln hiermit. Wow. Einmal noch so rum. Und so rum. Komm, hier oben geht noch ein bisschen was. Und hier unten noch. Schöne kleine Stücke hier. Noch ein bisschen die Beinchen. Und dann sollten wir mit ihm fertig sein. Wow, sogar noch ein A hinbekommen. Gar nicht mal so übel. Slippery little bastard. I don't have time for this. Oh, you've got to be kidding me. Oh. Oh! 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 Let's go! The hell are you thinking? Played college ball, you know. At some cushy Ivy League school. Try University of Texas. Could have gone pro if I hadn't joined the Navy. I'm not one of those beltway pansies. I could break the present in two. With my bare hands. Don't fuck with this, Senator. What the hell are you? Why don't you stick around and find out? Okay, und jetzt auch noch Armstrong als Gegner. Ich find's ja krass, dass hier immer drei, vier Gegner auf einmal kommen. Also Endgegner. Schon ein wenig übertrieben. Wir machen ja kaum Damage gegen den. Oh Mann, der wird ein harter Brocken. Na gut, versuchen wir mal das hier. Komm schon. Wow. Hat er einmal zugehauen und wir fliegen durch die Luft. Wie sollen wir den besiegen? Ich hab keine Idee. Okay. Let's not forget to enjoy it.